So, nun einmal pflanzen. Nun einmal pflanzen. Bänke. Zeitungsständer kann ich dann noch hinsetzen. Ich kann hier auch noch Bänke hinsetzen. Ich weiß nicht, was ich tun sollte. Ich bin so traurig und dann kann ich nicht mehr kochen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was kann er tun, Dave? Warum versuchst du es nicht bei der Orbi-Stiftung? Die Orbi-Stiftung? So. Die Orbi-Stiftung. Früher hatte ich Probleme, aber jetzt habe ich einfach Spaß. Die Orbi-Kugel ist die perfekte Form und... So, dann... Was haben wir noch? Wo ist denn der Entleuchter? Ich habe gar keinen Entleuchter. Zimmer... Leuchtung, zwei vorhanden. Ach hier. Töpferei, zwei. Entleuchter, zwei. Toiletten, drei. Drei. Zwei. Eine Station, aber relativ groß. Zwei. Zwei. Apotheke, zwei. Und Arztpraxen, vier. Mit vollem Magen lässt sich das Warten ertragen. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally fickt Blankets. Das neuste Nachrichtenüberblick aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Über unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass es existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein soll. Statt nur neutral. Notfallstationen. Nachdem der Two-Point-Squabbler einen Bericht über die Schlafposition für Fortgestrittene mit fehlenhafter Diagrammen veröffentlichte, kämpfte nun viele Menschen mit einer Reihe interner und externer Beschwerden, die auf Stationen behandelt werden müssen. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Ja, Herausforderung. Heile vier Patienten mit müden Knochen. Behandlungsraum Station. Zeitraum 90 Tage. Ruf 10. 10 Kudos und 10.000 Dollar. Benjamin Brown, Hausmeister, hat eine Bitte. Annehmen. Achso. Patenten treffen jetzt auf der Station ein. Objekte. Zeitungsstand. Mülleimer. Pflanzen. Das ist ein... Okay Der wird gerade der ist tot stirbt aber warum so dann würde ich sagen was das hier ja ja so dann würde ich sagen gehen wir doch einfach mal auf die karte nehmen ja doch gehen wir einfach mal auf die karte so und dann gucken wir uns schon irgendwo dastehen wie lange der stream schon läuft live steht jetzt sehe ich jetzt leider nirgends egal würde ich sagen endlich erstmal diese folge von two point hospital jetzt haben wir schon zwei krankenhäuser mit drei stern und beim nächsten mal fangen wir hier an in fluttering hier findest du informationen über personen entwickelt personalentwicklung und weiterbildung naja wie sieht es denn hier aus 5 jahres monate naja bilanz wert ok karriere einsammeln 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 ok also beim nächsten mal gucken wir uns hier dieses krankenhaus an und es gibt noch so viel zu entdecken steht uns noch einiges bevor hier gibt es auch noch einen kleinen rummel naja ok also beim nächsten mal gucken wir uns hier fluttering an damit sage ich tschüss und bis zum nächsten mal haut rein rein